Herzlich willkommen zu Gefragt Gesagt, das neue Quiz im SWR Fernsehen und das sind unsere Premierenkandidaten Rick Kavanian und Pierre M. Krause. Es ist ein Quiz, bei dem es völlig überraschend darum geht, Fragen zu beantworten. In diesem Fall gibt es auf jede Frage mehrere Antworten und ihr sollt auch jeweils mehrere geben. Ihr habt jeweils fünf Sekunden Zeit, drei Antworten zu geben. Fünf Sekunden? Fünf Sekunden für drei Antworten. Deswegen heißt das Spiel Gefragt Gesagt. Du merkst, das ist nirgendwo Zeit für gedacht, das ist nicht vorgesehen. Ich frage, vergiss das Nachdenken, ich möchte sofort die Antworten. Drei Antworten, ich stelle die Fragen abwechselnd, ihr bekommt jeder eure eigenen Fragen. Fünf Sekunden Zeit, wenn die fünf Sekunden um sind, ertönt ein Signal. Das hat jetzt auch ungefähr fünf Sekunden gedauert, bis es kam. Oh, das riecht komisch. Das Geräusch hast du gemacht, ne? Okay. Daran merken wir, dass die Antworten, die danach kommen, nicht mehr zählen. Wenn ihr vor Ende der fünf Sekunden fertig seid, dann haben wir hier diesen ganz fantastischen Buzzer. Der hat überhaupt keine Bewandtnis, aber wir haben ihn bezahlt. Deswegen, seid so lieb, drückt ihn einfach, wenn ihr geantwortet habt, dann ist dazu was gut. Also nach der Antwort. Wenn ihr eure drei Antworten gegeben habt. Und wenn ich möchte, dass seine Antworten unterbrochen werden, weil sie so gut sind. Das geht nicht. Wie gesagt, wir haben nichts spezielles für diesen Buzzer vorgesehen. Drück ihn, wann du willst, wenn nicht. Ist auch nicht schlimm, es spielt keine Rolle. Seid ihr bereit? Nein, überhaupt nicht. Aber lasst uns trotzdem machen. Die erste Frage geht an Rick. Oh Gott. Fünf Sekunden, nenne drei Obstsorten. Banane, Pfirsich, ähm, äh. Das gibt's doch nicht. Ananas. Entschuldigung. Es ist gemein zu lachen, aber dann ist das so. Fünf Sekunden sind ja nichts. Das ist gar nichts. Fünf Sekunden brauche ich, um äh. Ja, genau. Wenn ich drei Fast-Food-Gerichte genannt hätte, wäre es schneller gegangen. Pierre, nenne drei Teesorten. Äh, Darjeeling, Earl Grey, Jasmin. Du hast doch geübt. Nein, ich habe zuhause sehr viel Tee getrunken. Ich habe vor allem wirklich Tee getrunken. Boah, war das gut. Ich schwitze schon jetzt. Zweite Frage. Gehe zuerst an Pierre. Nenne drei Dinge, die man nicht in seiner Wohnung finden möchte. Äh, Michael Reufsteck, äh, ein Gewehr und eine Leiche. Entschuldige. Wolltest du gerade sagen, du möchtest sehr gerne eine Leiche in deiner Wohnung finden? Äh, dich. Meine ich dich. Entschuldigung. Wie viele von diesen Dingen hast du schon in deiner Wohnung gefunden? Kein Kommentar. Das klären wir bei meiner Anwälte. Rick. Oh Gott. Nenne drei Dinge, die man in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht tun sollte. Onanieren. Ähm, mit dem Spucken. Anderen. Äh, den Popo nehmen wir gerade noch mit. Auch an dich die Frage, wie viele Dinge davon hast du schon getan? Kein, um Gottes willen. Woher weißt du, dass man sie nicht tun sollte? Ich fahre keine Trambahn. Das Onanieren kam sehr schnell, möchte ich nur mal sagen. Ich war selbst irritiert, vielleicht, weil wir vorhin, äh, ich meine, weil wir, nein, weil wir Tee für Tee, das war's. Frage Nummer drei. Ich erinnere daran, es gibt mehrere richtige Antworten. Rick. Oh Gott. Nenne drei Schauspieler, die du seltener sehen möchtest. Die ich seltener sehen möchte. Oh fuck, ist das. Ich hab zehn. Das war's. Ist eh zu nett. Ja. Da war jetzt, glaube ich, ich zähl noch mal kurz nach. Nee, da war jetzt keiner dabei. War der mit dem Doppelnamen doppelt? Nein. Das kann ich nicht. Mal gucken, wie gut Pierre bei seiner Frage ist. Okay. Pierre, nenne drei Gäste, die nicht mehr kommen müssen. Oh, 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 Massoud. Massoud und Massoud. Es tut mir leid, aber du hast es echt verkackt, Massoud. Ganz ehrlich, können Sie im Internet nachschauen. Du hast es leider verkackt. Aber privat können wir gerne mal einen Tee trinken. Oder in der Tram oranieren. Du kannst es auch suchen. Pierre ist dran. Danke für die Frage. Das ist eine ganz schön riesige Arschwaffrage. Okay. Nenne drei Berufe, die unnötig sind. Äh, Fernsehmoderator, Regisseur und Rafaq. Rafaq. Jean-Louis Rafaq. Es wäre so interessant gewesen, was du noch gesagt hättest. Aber die fünf Sekunden waren um, wir werden es nie erfahren. Es hätte was mit Rafaq zu tun. Wir werden es nie erfahren. Das ist echt schwer gemeint. Das ist wahnsinnig. Das ist das schwerste Quiz im deutschen Fernsehen. Total. Ich bin gespannt, ob es bei der nächsten Frage Überschneidungen gibt mit etwas, das wir schon mal gehört haben. Rick, nenne drei Dinge, die Prominente nie tun sollten. Lügen, Bestechen, Zuspätkommen. Oh. Und warst davon wahrgelogen? Lügen, Bestechen, Zuspätkommen. Diese Frage geht zuerst an Rick. Nenne drei Dinge, die sehr groß sind. Das Himalaya-Gebirge, der Basketballspieler Kareem Abdul-Jabbar und... Was? Gab es keinen Basketballspieler mit einem kürzeren Namen? Sehr gut. Hättest du noch Zeit für was? Sehr gut. Den längsten Namen sich aussuchen für fünf Sekunden. Sehr, sehr clever. Sehr, sehr gut. Und schließlich. Pierre. Ja. Nenne drei Dinge, die sehr klein sind. Hör doch auf damit. Peter Maffay, mein Ego und das Budget für diese Sendung. So. Aber willkommen zu sein Wasserleusten. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Michael Reupscher. Wir haben einen Gleichstand. Das bedeutet, Sieger ist Rick Cavadier. Ja, meine Damen und Herren. Das ist ja geil. Das ist ja wahr. Und das war Gefragt, Gesagt. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir geben jetzt weiter an die Reste der Pierre M. Krause Show. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.